Behind the scene in the mixed zone. Ach, wir können Deutsch reden. In der Mixed Zone hinter den Kulissen. Und Julius guckt sich gerade das letzte Video an. Von Wimbledon oder auch nicht. Oder er liest gerade vom Teleprompter ab, was er gleich fragt. Julius, erzähl mal, worauf muss man achten, wenn man so Sachen analysiert, wie du jetzt. Als Chefreporter. Soll ich in das Mikro sprechen? Ja. Stör mich nicht, ich bin gerade bei der Arbeit hier. Okay, das wollen wir nicht machen. Danke.